Hey Leute, was geht ab? Niki hier. Ich sitze hier gerade stark klar, LAX in Los Angeles. Gleich geht's los nach Deutschland. Am 12. Juni komme ich dann zu euch ins Studio nach Ansbach. Big shout out to Urban Movement und natürlich an Sarah, dass du mich ins Studio rüberbringst zur Neueröffnung. Boom, boom, boom. Wir lassen es krachen. Wie gesagt, 12. Juni, meldet euch an 18 bis 19.45 Uhr. Geht auf die Homepage urbanmovement.net oder meldet euch an unter urbanmovementansbach.gmail.com Ich freue mich auf euch. Wir werden zusammen bocken. Boom.